hallo und herzlich willkommen back to volop psalm 127 aus der volksbibel ein ganz besonderer web nummer 127 würde gott einen bau alleine lassen können alle bauleute gleich einpacken würde gott eine stadt nicht bewachen könnte keine security sich sicher machen sie sicher machen es bringt euch nichts dass ihr früh aufsteht und euren arbeitstag bis in die nacht aufsteht ihr bezahlt damit was ihr esst und trinkt aber gottes leute kriegen erst wenn sie am pennen sind auch wie schön sind doch ne ach scheiße ich auch fack tschuldigung ach wie schön sind doch die söhne und töchter eine ach wie schön sind doch die söhne und töchter eine eine erfindung von unserem schöpfer in der jugendlichen altersklasse sind kinder eine starke waffe gut geht es denen die viel davon haben denn so leicht kann niemand sie verarschen sie sind am ende mit ihren latein passiert ihnen nichts denn sie sind nicht allein das war psalm 127 aus der volksbibel vielen herzlichen dank euch fürs zuschauen und bis zum nächsten mal